Jeremias Schröder OSB ist ein deutscher Benediktiner und Abtpräses der Benediktiner-Kongregation von St. Ottilien sowie Altersabt der Erzabtei St. Ottilien in Bayern, Deutschland. Leben Schröder trat nach seinem Abitur 1984 als Novize in die Erzabtei der Mischens-Benediktiner in St. Ottilien ein und legte dort 1985 seine Profess ab. Von 1985 bis 1990 studierte er in Rom Philosophie und Theologie, anschließend von 1990 bis 1995 Geschichte in Oxford. Im Jahr 1992 empfing er die Priesterweihe und war neben seinem Studium in Oxford Spiritual der Benediktinerinnenabtei Starnbrook bei Malvern. 1994 kehrte er als Sekretär des damaligen Erzabtes Notka Wolf, Zellator, Archiver und Schriftleiter der Zeitschrift Mischensblätter nach St. Ottilien zurück und beteiligte sich zudem an der Mischensarbeit des Ordens in China. Am 5. Oktober 2000 wurde er vom Kapitel der Erzabtei zum 6. Erzabt von St. Ottilien auf Lebenszeit gewählt und war damit zugleich Oberer der Benediktiner Kongregation von St. Ottilien, nachdem sein Vorgänger Notka Wolf in Rom zum Abt Primas gewählt worden war. Sein Vorvorgänger, Bischof Viktor Josef Dammetz OSB von Augsburg, erteilte Jeremias Schröder am 28. Oktober 2000 in der Abteikirche St. Ottilien die Abtsbenediktion. Als Devise seines Dienstes wählte er, Rizbeis Stellam, Schau auf den Stern. Als Erzabt war Jeremias von 2000 bis 2012 in Personalunion Leiter der Benediktiner Kongregation von St. Ottilien mit ca. 1100 München weltweit. Mit der Trennung des Amtes des Erzabtes von St. Ottilien und des Abt Präsäs der Kongregation wurde Schröder am 15. Oktober 2012 für acht Jahre zum ersten Abt Präsäs der Kongregation gewählt. Die Versätze von St. Ottilien und des Abt Präsäs derzieringekö